Hi Fans, alles isi? Ich bin jetzt wieder der Turboreine, heute mit einem speziellen Video, und zwar ein Veranstaltungshinweis. Und zwar haben wir das zweite Hohner Morino VAM Treffen. Letztes Jahr haben wir eine Chance gehabt, das ist sensationell angekommen. Und heuer hat der Organisator, der Franz Weinbacher und ich, gesagt, Mensch, machen wir doch heuer wieder eins. Und wenn wir schon ein Hohner Morino VAM Treffen machen, dann wird doch nichts naheliegender, als wird es direkt in der Geburtsstätte von der Oberkräner Musik zu machen. Und zwar, das heißt, direkt in Slowenien, in Begunje, im Gasthaus Ausenig. Und man sagt, das probieren wir. Dann haben wir auch den Sascho gefragt. Sascho Ausenig, der war von der Idee ganz begeistert. Er hat gesagt, wir dürfen das nur machen, wenn er selber dabei sein darf. Das ist super. Er freut sich riesig. Herzlichen Dank Sascho. Bist ein super Typ. Generell ein ganz herzlicher Dank an der Familie Ausenig, dass wir das da unten durchführen dürfen. Und das Ganze findet statt am 10. August Vorjahr 2017. Also direkt im Gasthaus Ausenig. Weitere Infos findet ihr auf Facebook oder auch unter dem Video einfach nachschauen. Und es kommen ein paar Highlights. Ich habe gesagt, ich habe mit Sascha gesprochen und er hat mir die einzigartige Ehre gegeben. Er hat gesagt, es darf jetzt nicht jeder, weil das natürlich Erbstücke sind von Slowko, die Akkordeon spielen. Aber er hat gesagt, ich darf dich vorspielen. Ich habe mit zwei Verdi. Ich habe gesagt, Sascho, spiel du vor. Er hat gesagt, nein, mach du das Turbo rein. Und ich habe die Ehre mit der Mona Verdi, mit der Hona Moreno und mit der Hona Alpina ein, zwei Stückchen zum Spielen. Also mit den Originalinstrumente von Slowko Ausenig. Das ist eine wahnsinnig Ehre für mich. Herzlichen Dank an die Familie Ausenig und natürlich an Sascho Ausenig. Genau. Ein wichtiger Punkt, was ich noch dazu sagen möchte, bei diesem Treffen ist natürlich jeder eingeladen. Das war zwar Mona Moreno VAM Treffen, aber falls du keine Mona Moreno VAM hast oder anders Akkordeon oder gar kein Instrument, es ist jeder recht herzlich eingeladen. Ihr könnt auch eure Frauen oder Begleitung oder Lebensgefährten mitnehmen. Slowenien ist auch schön für einen Kurzurlaub. Genau. Mich hat es gefreut, wenn ihr dabei seid. Und wir sehen und spareestens am 10. August 2017 zum Hona Moreno Treffen. Und ganz ein wichtiger Punkt, bitte fest weiterleiten und teilen dieses Video. Teilt es überall hin, dass ihr jeder Bescheid weiß. Nicht, dass es nachher einer sagt, Mensch, ich wäre gerne runtergefahren und habe es nicht erfahren. Danke fürs Teilen und fürs Weiterleiten. Sagen wir drei, der Sascho Ausenig, der Franz Weinbacher und dann natürlich der Turbo rein. Und jetzt machen wir den zweiten Teil noch vom Trompetenecho. So long or is easy? Der Turbo rein.